Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist ja nicht so. Ich mach noch ein bisschen. Danke schön. Das geht auch so in den Zug. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Und in Norden ist in viele Natur. Die Landschaft, Wasserfall, viele Wasserlauf. Hier in das Kapital, wir haben viele Garten. Lokal-Commerce, das Seilwerk, das Fußballspiel, der Ronaldo-Hotel, Café und Museum. Schönes Promenade. Nur hier im ganzen Kapital, wir haben 130.000 Fotos. Sie sehen das schöne Bungalina. Die ganze Insel ist das Basaltsteine. Die ganze Südküste, wir sehen viele Bananen-Pessagen. Wir haben ganz viele. Sie können nichts exportieren. Diese Bananen sind zu klein und nichts schön. Wir können in Europäen sprechen. Und das erste Stopp, wir saßen rechts. Auf den Tade. 800 Meter fast. Es ist wahrscheinlich, dass ich gerade hinten ist. Es gibt keine Maschine. Alle ist Handarbeit. Wir nutzen die Blaupacke in den Bananen. Das ist für schon Warnung. Für schnelle Warnung. Es gibt kein trocken Klima mehr. Es liegt immer Regen, aber von Volk und Nebel immer Wasser kommt. Wir haben das kleine Nevadas. Das Wasserlauf. Das ist der Wasserkanal. Das bringt Wasser rund ganze Mittel. Hier noch Presslaut. Kinder, nicht so Kinder mit 18. Hier in Madeira, die Kurse sind mehr für Touristen. So ist es nicht da. Du bist nicht die Schneef糖 Welt. Wir sind nicht die Schneefall. Wir sind nicht so schnell. Wir sind nicht die Schneefall. Wenn wir die Schneefall höheren. Wir sind nicht nur für einen. Wir sind auch für einen. Hier ist das typisch Die Straßen auf Madeira Und es ist nicht einmalstraße Das kommen Autos von wegen Die Bus kommen nicht zu ihr fahren Wo die Lokale Null ist, sie müssen gehen zu Fuß Na, runter Und auf Ja, ja Oh, oh, oh Ach der, für die Kraft Hier im Terrasse, eine Hause, eine Straße Hier noch ein oder zwei Mal Banane Ist das gut, noch Bio-Kompost machen Diese Bananenpflanzung Wir haben hier links Kohl und Kartoffeln Kartoffeln wachsen vier Mal im Jahr Kohl, Kürbis, Kürbis Basaltsteine hier, vulkanisch Jetzt, wir sind im 300 Liter Die Banane Ende Bananenpflanz Und wir haben das Weinberger Das gibt einmal Frucht Ein Jahr Nur September September Das Rotweintraub Und Oktober Weißweintraub Wir machen in Madeira Rotwein und Weißwein Und Aperitifwein Das Trockenwein Und dieses Tiefwein Süß und Alpsüß Bitte? Einmal mehr Einmal Ja Jetzt ist nichts Das ist die letzte Weintraubensaison Nur September Und nach Sommer So, jetzt im Winter Wir machen andere Plantagen Hier In der Weinberger Terrasse Und das ist die letzte Weintraubensaison Ja Ja Hier Mit der Die 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 Hier rechts, hier rechts, hinten auf dem Fenster. Ist das Chirimoya, Zuckerabsolz. Und das ist auch super lecker und Anti-Cancer-Fucht. Entschuldigung, Multicolor-Rosen. Weiße, rosa, yellow. Diese gibt andere Frucht von Brasilien, Kirche Guava. Die in Wasser kommt. Kein Regen. Bananenpflanze, das ist gut von Bio-Kompost machen. Oder man hat die Kühe zu essen. Bio-Farben. Alles Bio. Ringfleisch schmeckt auch gut. Wir haben hier links den Weihnachtsstern. Und diese kleine Bäume. Das können in Ruhe wachsen. Die sind eigentlich ... Die sind eigentlich ... Die ist eigentlich klein. Ja. Das ist ein kleines. Wir haben hier in dieser Terrassen die Passionsfruchtbanane, Maracuja-Bananen, typisch von New Zealand. Und wenn es Yellow, 6 bis 8 Zentimeter, ist super lecker, da ist Maracuja hinten. Diese Passionsfrucht wachsen von der Mitte auf diese Blumen, wir können sehen, sehr, sehr kleine Bananen. Wir haben hier in der Arbeit fast jeden Tag. Wir haben hier in der Mitte auf der Mitte auf der Mitte auf der Mitte auf der Mitte. Wir haben hier in der Mitte auf die Mitte auf der Mitte auf der Mitte auf der Mitte. Wir sehen hier mehr Weihnachtsstern oben, hier oben, hier vorne auch. Wir sehen hier oben, hier oben, hier oben. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sie können aufstehen, ob alle Besse sind. Sie können aufstehen, ob alle Besse sind. Sie können aufstehen. Sie können aufstehen, ob alle Besse sind. Sie können aufstehen. 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 Das ist gut. Sehr, sehr intensiv. Wegsrichtig, oder? Nasefrei. Ja, genau. In Madeira, das ist gut für Schnaps machen. Das ist gut für Eucalyptus Röl, Eucalyptus Caravelle und Eucalyptus Tee. Aber jeden Tag nur Eucalyptus Wachsen alleine. Wir können uns diskutieren wie alte Bäume für Papier und Medizin. Wie? Wenn die Sind Sie alle da? Wir haben einen privaten Garten. Wir haben eine Lippose mit vielen Blumen. Schöne Mimosa. Die Mimosa fehlt hier so ein Moment, so schön komme ich gar nicht an die Foto. Was ist das? Mimosa. Sehr schön. Mimosa. Das ist schön. Die kernenergrenze ideiaartig ist. Mimosa. Wir müssen dann mal wieder befinden. Wir sind überall und alles coherente. Wir können immer eine Tür haben. Ein Gleich erstes göra es wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und das Fleisch ist sehr lecker mit Kartoffeln oder Weißreis mit Bohnen und da und Schweinefleisch. Es ist portugiesisch typisch. Und nach 45 Kilometern fahren, da in diesem Plateau, wir sind im Nordküste. Und nach 45 Kilometern. Und nach 45 Kilometern. Und hier auf dem Berg, 80% der Leute sind alles alte Leute. Die jungen Generation, sie würden gehen auf Funchal. Und finden neue Arbeit. Und hier. Ohne nichts Arbeit im Land. Es ist viel Handarbeit. Und Leiheld. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Wir haben hier viele Bauern. Hier. Und hier. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dieser Auto hier links ist das Fischer-Auto Das bringt Tuna, Degenfisch Dieses Gemüse und Frucht ZDF, 2020 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 ZDF, 2020